Oh mein Gott, Raketenbettel gegen die Lila Gang. Schreiben, dass wir in den Transporter rein müssen. Wollen die uns gerade entführen, oder was? Oh mein Gott, Leute, da oben ist gerade einer im Ammonation drin. Los, 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 komm, wir fahren da direkt hin. Ihr wisst, Leute, das ist das Beste, wenn sie im Ammonation eingesperrt sind. Dann können wir die mal richtig mobben. Ich bin mal gespannt, vielleicht werden wir auch wieder die ein oder anderen Lila Aliens sehen. Aber bis jetzt ist hier noch alles ruhig, ja. Wir haben die auf jeden Fall letztes Mal richtig zerstört. Die Lila Gang traut sich gar nicht mehr rauszukommen, ja. Schreibt in die Kommentare, seid ihr in der Green Gang oder in der Lila Gang? Schreibt jetzt nichts Falsches rein, Leute, ihr wisst Bescheid. So, komm, 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 schnell, Leute, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, nicht, dass der da gleich rausgeht. Aus Ammonation, der Idiot. Okay, 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 komm, komm, komm. Und Auto davor parken. Warte, geht das überhaupt? Doch, das müsste gehen, das müsste gehen, oder? Bruder, park dein Auto davor. Park dein Auto davor, ja. Ey, Scheiß, da sind diese Poller davor. Ich hoffe, das geht, ich hoffe, das geht. Okay, sehr gut, sperren ein, sperren ein. Komm, ich... Ah, es ist schwierig hier. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich geht. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Einer, Jungs, 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 einer, Tür aufhalten. Einer ein bisschen die Tür aufhalten. Wir werfen da ein bisschen Giftgas rein. Wir werfen Giftgas rein. Halt Tür auf, halt Tür auf, Bruder. Halt Tür ein bisschen auf. Nein, nein, nein. Nein, ich werfe daneben. Bruder, nein. Oh, nein, ich werfe meine eigene Mates ab. Okay, komm, weg da, weg da. Oh, shit. Da wirst du gleich rausgerannt. Komm, oh, der hat aber auch ein krankes Auto, wer da gerade drin ist. Und ganz wichtig, Leute, Green Gang, ihr wisst Bescheid, nur Baseballschläger. Nur Baseballschläger. Ey, wir haben ihn getötet. Wir haben ihn gekillt. Er ist jetzt schon umgefallen. Boah, wir kriegen ja gerade richtig viel Schaden. Wir kriegen ja richtig viel Schaden. Ey, warte, da vorne. Jungs, komm mal mit, er ist da vorne wieder gespawnt. Der Typ ist da vorne gespawnt. Komm, wir prängeln ihn direkt immer weg. Warte mal, der schreibt im Chat, das war ein Fehler, werdet ihr sehen. Bruder, was denn für ein Fehler? Komm mal in die Green Gang, du Idiot. Warte, komm, Jungs, komm. Jungs, alle Attacke, wir greifen ihn an. Bleib stehen. Ey, der hat richtig Schiss. Alien Gang, Alien Gang. Er wehrt sich, er wehrt sich. Oh nein, tut mir leid, Bruder. Ich habe meinen eigenen Mate umgeklatscht. Wir schreiben jetzt erstmal in den Chat. Komm in die Green Gang. Komm in die Green Gang. Ich schreib, das war ein Fehler. Was denn für ein Fehler, Junge? Er legt sich mit den Falschen an. Ey, wo ist eigentlich unsere Freundin? Wo ist eigentlich unsere Kollegin? Ich glaube, der hat Lobby verlassen oder so. Einer hat, glaube ich, hier gerade diskonnect. So, Paul Berger, komm mal mit hier. Wenn der Typ hier schon abhaut, sein Auto steht noch hier. Das Auto können wir wenigstens noch verwüsten. Komm mal. Hau das Auto kaputt. Green Gang. Green Gang. Warte mal, er schreibt. Was schreibt der da? Purple. Komm in die Gang. Ich glaube, das war ein Fehler. Werde 10. Hä? Er schreibt Purple? Ey, auf, Bruder. Du kannst doch nicht mich schlagen, du Idiot. Er ist ja in der Lila Gang oder was? Schreib mal, bist du in der Lila Gang? Aber wisst ihr was? Ja, ist doch gut, Leute. Er ist in der Lila Gang, der Idiot. Ja, und ihr werdet es sehen. Boah, er droht uns gerade richtig, ne? Er droht uns gerade richtig. Ja, guck mal. Guck mal, was wir... Oh mein Gott, da sind wir echt aus der Lila Gang, Bruder. Da sind wir echt aus der Lila Gang. Hau ihn direkt kaputt. Oh mein Gott. Okay, die kommen schon. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell kommen. Nein, nein, Bruder. Wir dürfen uns nicht kaputt hauen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und Polizei kommt, Polizei kommt. Jungs, 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 alle ins Auto abhauen. Alle ins Auto abhauen. Ey, das wird hier zu wild. Das wird hier zu wild. Was passiert hier gerade? Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Oh mein. Was? Wie viele Lila, ne? Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein... Okay, okay. Ey, Jungs. Jungs aus der grünen Gang. Ich glaube, wir haben uns gerade wirklich mit einem aus der Lila Gang angelegt. Was? Wie viele kamen da gerade auf einmal? Fuck. Okay, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind echt zu viele. Jungs, wir hauen ein bisschen ab. Das sind zu viele. Lass erst mal kurz ein bisschen irgendwo untertauchen. Ich muss kopslos werden. Warte mal, wir tauchen kurz unter. Okay, wir verstecken uns erst mal kurz hier auf dieser Baustelle. Oh mein Gott. Ey, wie viele waren das gerade? Das ist ja ganz... Oh, hier ist ein Gangkrieg. Okay, hier fahren wir lieber nicht hin. You picked the wrong house, schreibt er. Okay, also ich dachte nicht, dass die so wilde Action machen. Okay, Jungs. Lass mal kurz hier aussteigen. Kurz hier zusammenfassen. Oh, aha, was die da in den Live-Chat reinschreiben. Don't F with purple. You picked the wrong house. Ey, die sind ja ganz gewalttätig unterwegs. Ey, Jungs, wir müssen aufpassen. Guck mal. Ey, die sind hier. Die sind hier. Okay, okay. Wisst ihr was? Wisst ihr was, Lila Gang? Wisst ihr was, Lila Gang? Dann kommt doch. Wir klären das wie Männer. Drei gegen drei. Ihr seid in der Überzahl. Drei gegen drei. Komm, Eiersache. Warte, komm, wir gehen mal hier auf die Straße. Ja, komm, warte. Wir schreiben in den Chat. Drei versus drei. Drei versus drei, ihr Loser. Wenn ihr nur gewinnen könnt, wenn ihr in der Überzahl seid. Komm, drei gegen drei. Oh, scheiße, Jungs. Oh, scheiße. Wir haben verkackt. Okay. Ey, Bruder, hör doch auf, deine eigenen Jungs hier zu schlagen. Ehrenlos, ja, ehrenlos. Ihr kommt hier mit so vielen. Lila Gang. Ja, komm, drei gegen drei. Komm, traut euch. Traut euch. Unfair. Ja, voll die Lappen. Guck mal, ey. Wie viele hier sind. Ey, Green, Green Gang News. Ey, 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 die greift uns an. Die Lila greift an. Ey. Das gibt Krieg. Das gibt Krieg, Leute. Ach, du Scheiße. Wie viele, wie viele Lila sind hier in der Lobby? Schau dir jetzt kaputt. Kommt. Kommt, wenn ihr Eier habt. Komm, komm, Digga. Hier, hier ist einer von Lilan. Ja, jetzt, jetzt traust du dich nicht. Ja, komm doch. Hä? Komm, eins gegen eins. Eins gegen eins. Ja, ihr seid nur stark zu zweit, Mann. Okay, Leute, wir machen jetzt Trick 17. Einmal vom Radar. Verschwinden, dann sehen wir uns nicht. Ey, das muss Rache geben. Das muss Rache geben. Ey, das sind so viele Lila hier. Was passiert? Ey, Leute, guck mal, das ist nicht normal. Guck mal hier um die Ecke. Das ist nicht normal. Zum Glück sehen wir uns gerade nicht. Ich will einen umknüppeln. Ich will auf jeden Fall einen umknüppeln. Oh, oh, da holt mich einer ab. Okay, Abholung, Abholung. Bruder, Bruder, lass die abholen. Steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Oh mein Gott. Ey, die kommen, die kommen. Fahr, 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 fahr. Oh mein Gott. Was? Ey, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, wie viele Lila hier in der Lobby sind. Oh mein Gott, man darf ja nicht schießen, Leute. Beim Gang kriegt das ehrenlos. Das nur mit Baseballschläger. Wir müssen los. Ja, save, Bruder. Save M52. Wir müssen abbauen. Bruder, hab das zu krank. Alter. Das sind drei, vier Autos, die uns hier verfolgen. Ey, der hängt mir hier direkt hinten dran. Hier, ich versuche, ihm Platten zu schießen. Ich weiß noch, ob das funktioniert. Ich schieße ihn nicht an, nur Platten. Okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Oh Gott, oh Gott. Ey, wir versuchen uns einfach irgendwie in Sicherheit zu bringen. Versuche uns in Sicherheit zu bringen. Die Lila sind überall. Bruder, du musst hier wegkommen. Die sind zu schnell. Wir werden die nicht los. Versuch die abzuhängen. Ey, das bringt auch nichts. Die haben schusssicher Reifen. Das bringt nichts. Und die abschießen darf ich ja nicht. Oh mein Gott, Digga. Einfach acht Lilan oder so hier in der Lobby drin. Ey, wir brauchen unbedingt Verstärkung. Wir müssen unbedingt mehr grüne Leute. Wenn ihr in der GTA-Lobby seid, zieht euch den grünen Anzug an. Kommt in meine Gang. Ihr wisst Bescheid. Bruder, hau ab, Junge. Hau ab, Junge. Nein, nein. Ey, fahr doch weiter. Fahr doch weiter. Ey, fahr weiter. Nein. Ey, die kippen wir unser Auto. Oh mein Gott, wir sind rausgeflogen. Oh mein Gott, wir sind raus. Oh mein Gott, wir sind raus. Okay, okay, alles gut. Ey, ey, ey. Ey, ey. Hey, hey, alles gut. Ich ergeben mich. Ich ergeben mich. Ich ergeben mich. Ich mache Baseball-Schläge aus der Hand. Okay. Grün. Jungs, grün. Äh, äh, ergeben. Ergeben uns. Wir ergeben uns. Ey, das sind zu viele. Holy moly Macaroni. Okay, okay. Ist okay. Ist gut. Ist gut. In den... Die schreiben in den Transporter. Die schreiben im... Die schreiben, dass wir in den Transporter rein müssen. Ey, wollen die uns gerade entführen, oder was? 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 Ey, ey. Ey, die Lila Gang entführt uns gerade. Wir werden ja einfach gerade von den Lilan entführt. Was? Ey, ich sage euch, Leute. Dieser Alien Gang Kampf in GTA, das ist gerade wirklich ganz krank, was hier abgeht. Okay, irgendwie haben die hier gerade markiert bei... Irgendwo am Strand. Ich weiß nicht, ob die Lilan jetzt mittlerweile ein neues Ganglager haben. Das war ja letztes Mal noch am Golfplatz. Ey, das sind echt zu viele. Warte, ich schreibe jetzt erstmal so. Das werdet... Ihr bereuen. Leute, ich sage euch ehrlich, nächstes Mal kommen wir wieder mit viel mehr Grünen. Dann werden wir die hochnehmen. Das gibt Rache. Jetzt in den Kommentaren reinschreiben. Lasst ein Like da, wenn wir uns dafür rächen sollen. Ey, wo fahren die uns denn hin? Oh mein Gott, ist das hier die Base von denen? Das ist die neue Base von den Lilan. Die entführen uns einfach. Okay, ich glaube, hier müssen wir aussteigen. An die Vargos-Wand. Wir sollen uns an eine Wand stellen. Ey, Green Gang, Leute. Green Gang. Ich zähle gleich von drei runter. Passt auf, wir machen jetzt einen Plan. Wir werden gleich einen Plan machen. Wir spielen ein bisschen das Spiel mit. Hört mir zu, hört mir zu. Wir werden das Spiel etwas mitspielen. Und gleich, wenn ich von drei runter zähle, packen wir die Baseballschläge aus und werden versuchen, die umzuknüppeln. Okay. Rein da, rein da. Die wollen uns hier im Raum einsperren? Was? Okay, okay, alles gut. Rein in den Raum schreiben die. Oh mein, Bruder. Was ist das? Okay, 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 okay. Oh mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Lilan Gang sperrt uns ein. Bruder, Bruder, was ist mit dir? Er hat einen Anfall. Wir brauchen hier einen Notarzt. Ey, scheiße. So können wir hier niemals ausbrechen. Was geht? Ey, das ist zu krank. Schreibt mal, ihr seid gestimmt. Green Gang. Drei. Wir müssen uns jetzt versuchen zu befreien. Drei. Zwei. Eins. Attacke für die Green Gang. Für die Green Gang. Oh nein. Die haben uns ausgenockt. Die haben uns ausgenockt. Ey, komm. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Kommt alle an den Strand. Kommt an den Strand, wenn ihr euch traut. Drei gegen drei. Bei Sonnenaufgang. Ihr seid in der Überzahl. Jetzt freut ihr euch. Warte mal, bis wir mit unseren Freunden kommen. Ja? So sollen die mal herkommen. So sollen die mal herkommen. Ah ja. Ah ja. Da kommen sie ja schon. So, komm. Ein faires Duell. Drei gegen drei. Diesmal ohne eure ganzen Cousins. Oh shit. Ey, Green Gang. Packt euch Panzerungen. Haut euch Panzerungen rein. Diesmal will ich das Ding gewinnen. Ey, Jungs. Ich habe gerade eine kranke Idee. Wir haben doch einen Modder. Ey, ey, hey, hey. Da kommt noch einer. Bruder. Bruder. Okay. Ey, du da, du da. Warte. Du auf Motorrad. Du bekommst eine Mio, wenn du in die Gang kommst. Wir bieten jedem eine Million, der jetzt in die Green Gang kommt. Da läuft einer zu uns rüber. Bruder, bist du einer von uns? Bist du einer von uns? Ihr seid doch alle lost. Ey, die haben echt einen 31er. Der ist für eine Mio. Okay. Hier, an meinen Modder-Kollegen. An den Green Gang Boss. Drop ihm mal ein bisschen Geld. Drop ihm jetzt ein bisschen Geld. Wir kaufen euch eure lila-Member ab, Leute. Weil wir sind die Green Gang. Wir haben das Cash. So. Und jetzt ziehst du dir einen grünen Anzug an. So, was ist los? Der auf Motorrad. Du kriegst auch... Gib dem auf Motorrad auch eine Million. Druckier dem eine Million in die Hand. Wir kaufen alle. Und dann gibt es gleich ein 4 gegen 4, Leute. Boah, das wird gleich episch. Das wird ein geiles Finale vom Video. Okay. Plata o Plomo. Wenn er das Geld nicht will, dann verkloppen wir den halt so lange, bis er in die Green Gang kommt, der Idiot. Okay, die lila an. Das sind fünf Stück. Die werden langsam ungeduldig. Ja, komm doch, Junge. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir warten noch kurz. Wir haben noch einen. Wir bringen noch mehr, Leute. Ich habe meine Cousins gerufen. Gleich gibt es Fetzerei. Kampf in zwei Minuten. Oh mein Gott. Die drehen hier ja schon richtig durch. Die machen hier richtig Krami-Termi. Digga. Ey, ich schwöre es euch. Geht ja online. Das ist wirklich Liebe. Geht ja, das ist wirklich Liebe. Ah, diese macht die hier mit Raketen. Mit Raketen-Battle jetzt hier oder was? Oh mein Gott. Raketen-Battle gegen die Lila Gang. Digga. Zu krank, was hier abgeht. Oh ja, wir kriegen Unterstützung. Die Green Gang ist hier. Wir kriegen Unterstützung. 23 Uhr. Ey, ey, Leute. Dieser eine Random kommt wieder. Warte mal. Komm mal. Hier, der. Der, der. Ey, der geht mir auf den Sack. Du gehst mir auf den Sack. Wir wollen hier gerade gegen die Lila Gang kämpfen. Was willst du von mir? Geh mir jetzt nicht auf den Piss, Digga. Ey. Wer hat mich denn hier angeschossen? Komm her. Komm her. Ey, der, der. Jungs, Green Gang, haut den mal kurz kaputt. Der geht mir richtig auf die Nerven. Wir wollen ja ganz kurz battlen, Digga. Ja, weg mit dem. Oh nein, wir dürfen uns nicht gegenseitig schauen. Alle hinterher. Wow, die Green Gang schlägt zu. Alter. Nein, nein, tut mir leid. Das sieht so lustig aus, wenn Aliens sich sprügeln. Okay, okay. Wisst ihr was? Es ist gerade 12 Uhr. Wir machen bei Sonnenaufgang. Bei Sonnenaufgang Fetzerei. Wer jetzt verliert, muss die Lobby verlassen. Die sind immer noch ein in der Überzahl, Leute. Es ist vier gegen fünf. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber. Okay, Green Gang. Ich würde sagen. Drei. Zwei. Eins. Angriff. Attacke. Oh mein Gott. Warum sterbe ich als erstes? Wer hat das gewonnen? Wer hat gerade gewonnen? Green for life. Haben die Grünen gewonnen? Ich glaube, der Kampf ist noch nicht vorbei. Da hinten sehe ich noch einen Lila rumlaufen. Was? Meine Mutter kann nicht kochen, Junge. Oh nein. Okay. Warum kassiere ich immer direkt? Es geht weiter. Die schreiben, es geht weiter. Okay, Leute. Wir rennen wieder drauf. Wir sind immer noch am Kämpfen. Oh. Es sind keine Lila nicht mehr hier. Okay. Da hinten kommt wieder einer. Der ist neu gespawnt. Die Grünen sind am Übernehmen. Komm. Grüne. Wir kloppen die alle nach und nach einzeln weg. Bam. Ein übergebrezelt hier, der Idiot. Wo sind die nächsten? Oh, da kommen noch welche. Da kommen noch welche. Gut, Jungs. Hier ist der nächste. Hier ist der nächste. Ja. Nein, Bruder. Du hast deinen Bruder. Oh shit. Oh shit. Okay, Leute. Ich würde sagen, hiermit haben wir diesen Platz gewonnen. Und wir haben die Lobby gewonnen. Also jetzt raus. Wir schreiben jetzt raus aus der Lobby. So. In diesem Sinne würde ich sagen, das soll es vor dem Video gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass wir weiter in GTA Online zur Action mit unserer Gang machen, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da. Checkt gerne noch die anderen Episoden aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax.